Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem ganz besonderen Thema. Heute mal wieder mit einer Expertin. Und zwar geht es um unsere kostbaren Energiezentren, die sogenannten Chakren. Ihr habt alle schon davon gehört, bin ich ganz sicher. Die einen kennen sich sehr gut aus, die anderen hören es vielleicht jetzt zum ersten Mal, was das wirklich bedeutet. Und deshalb lade ich halt Menschen auch gerne auf meinen YouTube-Kanal ein, die sich ganz besonders auf ein Thema konzentrieren, denn dann haben sie die volle Kraft da drin. Und deshalb heute herzlich willkommen, liebe Nadja Alam. Du bist meine Expertin für die Chakren und ich freue mich, dass du mich jetzt unterstützt in dem Thema. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Ja, es ist toll. Also das Thema kam schon oft in meinen Videos mal auf und immer mal wieder hatte jemand dann in den Kommentaren geschrieben, Kannst du nicht mal zu dem Thema etwas machen? Und ich weiß sehr viel. Ich nutze die Kraft auch selber. Ich beschäftige mich damit, aber ich bin keine Expertin. Und ich bin schlau genug zu sagen, ach, dann lade ich mir doch jemanden ein. Magst du mal erzählen, wer du genau bist, was du machst, wie du zu dem Thema gekommen bist? Also mein Name ist Nadja Alam. Ich lebe in Basel, in der Schweiz. Also ich bin Schweizerin. Und ich bin auf meinem persönlichen spirituellen Weg eigentlich, seit ich denken kann. Also ich habe mich schon als Kind für Themen interessiert, die über das Materielle hinausgehen, wie so viele. Ich habe hellsichtige Träume, die ich nicht haben wollte. Also ich glaube, das kennen wir alle so ein bisschen. Aber alles, was irgendwie magisch war, hat mich brennend interessiert. Ich war Fantasy-Fan und von dort ist der Schritt in die Spiritualität nur noch ein kurzer. Mit Chakras bin ich zum ersten Mal in Berührung gekommen, da war ich etwa 20, habe ich an einer Chakra-Meditation teilgenommen und damit bin ich sofort in Resonanz gegangen. Das hat mich total fasziniert. Einerseits, weil ich das System logisch fand und das brauche ich. Also mein Verstand muss mitmachen, das brauche ich jetzt nicht. Und andererseits auch, weil die Chakras sind fühlbar, spürbar. Das habe ich sehr, sehr schnell gefühlt. Also das war mein erster Einstieg. Und dann ging es weiter, ein paar Jahre später, so mit, weiß nicht, kurz vor 30, mit dem ersten Reiki-Seminar. Das habe ich auch gepackt. In Reiki sind die Chakras von existenzieller Bedeutung. Da ging es dann weiter in die Tiefe. Ich habe mit Reiki weitergemacht bis zum höchsten Grad. Also mehr kann man dann nicht mehr machen. In dieser Zeit habe ich mich auch zur Energietherapeutin ausbilden lassen. Das war nochmal zwei Jahre lang im Weg. Auch mit Chakras natürlich. Also die Chakras begleiten mich seit jetzt 35 Jahren oder so. Ich kann gar nicht wegdenken aus meinem Alltag. Passiert bei mir aber, muss ich sagen, nebenberuflich. Also ich habe mir nie meinen Lebensunterhalt verdient damit. Das ist mein persönlicher Entwicklungs- und Bewusstseinsweg. Ich habe Reiki-Seminare gegeben. Ich therapiere auch immer noch ab und zu. Aber es ist nicht mein Hauptberuf. Ja. Was machst du hauptberuflich, wenn ich fragen darf? Ich bin schon beinahe ebenso lange in der Unternehmenskommunikation. Intern. Also ich bin nicht im Marketing. Ich bin in der Mitarbeiterkommunikation mit dem Fokus, komplexe Dinge so einfach, wie es nur irgendwie geht, zu erklären. Das ist mein Ziel. Das ist eine Kunst. Das ist eine große Kunst. Und deshalb bist du natürlich auch prädestiniert dafür, jetzt dieses doch schon recht komplexe System der Chakren auch gut zu erklären. Magst du uns mal einführen in die Welt der Chakren? Ich gebe mein Bestes. Ich gebe meinen Schluck Wasser. Sehr gerne. Mache ich ja auch immer gerne. Ich habe mich heute in Chakrenfarben extra für unser Thema angezogen und habe auch meine Chakratasse dabei. Also es kann nichts passieren. Ich habe, weil ich wusste, das wird ein wichtiges Gespräch, natürlich zu hellblau gegriffen, die Chakrafarbe des Kilt-Chakras, um meine Kommunikation hier zu unterstützen, damit ich kein Mist erzähle. Also, das Chakrasystem verdanken wir der indischen Yoga-Tradition. Das ist ein System, dass die ältesten Überlieferungen sind, 5000 Jahre alt. Vermutlich ist die ganze Philosophie noch älter. Also es ist uraltes Wissen. Und im Yoga eigentlich in allen östlichen Traditionen oder Medizinen wird davon ausgegangen, dass es neben dem feststofflichen Körper auch einen feinstofflichen Körper gibt und dass in diesem feinstofflichen Körper Energien fließen, die unseren physischen Körper speisen, eigentlich überhaupt erst lebendig machen. Und verschiedene Traditionen fokussieren auf andere Themen. Es geht immer darum, dass Energie im feinstofflichen Körper fließt durch bestimmte Kanäle. In der chinesischen Medizin, TCM, sprechen wir über Meridiane. Da kommt die ganze Akkupunktur, beruht auf dem. In der indischen Tradition, also im Yoga und damit in der Chakra-Lehre, ist die Konzentration eher auf den Verteilzentralen, die diese Kanäle speisen. Diese Verteilzentralen, das sind die Chakras. Chakra kommt aus dem Sanskrit, bedeutet wörtlich übersetzt so viel Virat oder Wirbel. Wir können über Krafträder oder Energiewirbel sprechen, die dazu da sind, Energie aus der Umwelt, aus der Erde, aus dem Kosmos und wirklich aus der Umwelt aufzunehmen und in den physischen Körper zu leiten, um ihn zu speisen. Die Organe, die Zellen, das Gewebe, die Knochen, alles, um den Körper lebendig zu machen. In der westlichen Medizin ist man ja immer noch ein bisschen zögerlich unterwegs mit dem Thema Energie, aber das ist eigentlich ganz einfach zu begründen. Die westliche Medizin hat ihre Erkenntnisse im Wesentlichen gewonnen aus dem Sezieren von Gleichnamen. Also buchstäblich aufschneiden, reingucken, sehen, wie alles zusammensteckt. Und dadurch ist die westliche Medizin fantastisch geworden im Reparieren. Da sind wir alle glücklich, dass man Knochen zusammenfliegt. Aber es ist klar, in einem toten Körper fließt keine Energie mehr. Die wird da nicht gefunden und ist deshalb nicht Gegenstand der Untersuchung. Die östlichen Traditionen gehen von dieser Energie aus und arbeiten quasi am lebendigen Objekt und sind deswegen großartig in der Prophylaxe. Also dort geht es darum, die Energie so im Fluss zu halten, dass gar nicht erst Organe geschädigt werden. So weit mal für den Anfang. Sehr, sehr schön. Also letztlich, wenn man sich die verschiedenen alten Traditionen anschaut, ob die Chinesen, die Inder, auch viele andere Völker, die sich eben wirklich ganzheitlich mit Leben beschäftigt haben, es läuft immer wieder auf dasselbe hinaus. Es findet immer irgendwo einen Ursprung, auf dem sich alles dann nur ein kleines bisschen anders entwickelt hat. Du hast es, finde ich toll, sehr gut erklärt. Die westliche Medizin beruht auf Ratio, also Intellekt. Wir müssen das verstehen, Zeitalter der Aufklärung. Wir müssen alles erklären können, wissenschaftlich belegen können. Und diese Energien zu fühlen kann man mittlerweile, ja. Es gibt ja jetzt auch EEG, EKG. Also man misst den Blutstrom, man misst die Hirnströme, aber nicht die Energieströme des Körpers. Noch nicht. Wer weiß. Ich bin ja immer sehr optimistisch und denke mir, irgendwann wird auch da wirklich dieser Bogen aufgehen und die Schulmedizin in den westlichen Systemen wird das mit hineinnehmen. Und das passiert ja auch schon auf Basis der Energetiker, der Heilpraktiker, die eben halt ein größeres, breiteres Wissen haben als die meisten Ärzte, die sich immer nur auf einen ganz kleinen Ausschnitt aus diesem ganz großen Ding, das wir da so sind, herausnehmen. Die Chakren sind wundervoll mit verschiedenen Themen im Körper verknüpft. Du hast es gerade schon mal angedeutet, du hast einen himmelblauen Schal um deinen Hals. Wir haben bei jedem Chakra, und wir reden ja hier von den Hauptchakren mittlerweile, ich weiß nicht, inwieweit du dich damit jetzt befasst hast, sagt man ja, man hat ja noch mehr Chakren als die sieben Zentralschakren, die sich quasi im oder kurz über dem Körper befinden. Wollen wir mal über die sieben Hauptchakren sprechen und vielleicht erweitern dann noch etwas später? Ich glaube, wir bleiben bei den sieben Hauptchakren. Da wird die Sendung schon voll. Das stimmt. Es gibt ganz, ganz viele zusätzliche Theorien dazu, nicht nur die weiteren Chakren über dem Scheitel oder unter der Wurzel in der Erde drin, sondern auch ganz viele Hilfschakras im Körper drin, in den Schultern, in den Knien, in den Händen. Also da wird man nie mehr fertig. Das stimmt. Alles ist Energie, ja. Aber die sieben Hauptchakren sind wirklich so die Säulen, auf denen alles ruht. Die verteilen sich entlang der Wirbelsäule, von unten nach oben, also wir zählen von unten nach oben. Und ich weiß nicht, wollen wir durch alle mal kurz durchgehen? Sehr gerne. Okay, dann starten wir beim Wurzelchakra. Das unterste, das liegt auf der Höhe, also schwingt auf der Höhe vom Steißbein. Es gibt zu jedem Chakra eine Farbschwingung, die dazugehört. Die Farbe des Wurzelchakras ist tiefrot und ist verbunden mit der Erdenergie. Beim Wurzelchakra geht es um die Anbindung an Mamagaya und das schwingt so rot wie der innere magnetische Kern der Erde. Jedes Chakra speist bestimmte Körperregionen, bestimmte Körperteile mit Energie und auch zugehörige Themen. Und eigentlich kommen die seelisch-energetischen Themen, sind eigentlich die erste Instanz. Es geht vielmehr um die. Aber körperlich speist das Wurzelchakra alles, was dem Körper Stabilität gibt. Also die Füße, die Beine, das ganze Knochensystem, die Zähne, sogar die Haut, die alles zusammenhält. Alles, was Stabilität gibt, gehört zum Wurzelchakra. Und das ist auch psychisch-energetisch so. Zum Chakra geht es um Sicherheit. Es geht darum, dich sicher zu fühlen. Es geht um Stabilität, um Halt, um Getragensein, um Anbindung, um Urvertrauen. Ja. Die Basis eines zufriedenen, glücklichen Seins, die wir brauchen, wie das Fundament eines Hauses. Genau das. Vertrauen ins Leben, auch Vertrauen in dich, Vertrauen in die Zukunft. Das ist das Thema. Eine Etage höher kommen wir zum Sakralchakra. Das ist im Unterbauch. Das schwingt orange. In irgendeinem Buch habe ich mal gelesen, stell dir die Farben, alle Chakra-Farben, so satt und leuchten, wie es nur geht, vor und bestäube sie mit Goldstaub. Das sind Chakra-Farben, okay. Sehr schön, ja. Ein tiefes Orange. Das Sakralchakra speist natürlich den Unterbauch, die kompletten Fortpflanzungsorgane, aber auch alles, was flüssig ist. Das Sakralchakra speist den Blutkreislauf, den Lymphkreislauf, den Speichel, den Urin, alles, was im Körper fließt. Und darum geht es, natürlich auch psychisch. Es geht darum, dein Leben in den Fluss zu bringen, zu fließen mit dem Leben, auch zu spüren, wo fließt meine Energie hin, worauf habe ich Lust, wo sind meine Leidenschaften. Es geht physisch um die Fortpflanzungsorgane, energetisch um die Sexualität, also es geht um Lust, aber es geht auch um Schöpferkraft. Das ist der energetische Raum, in dem neues Leben entsteht, ganz physisch. Das ist der kreativste Akt überhaupt. Ein Kind zu zeugen und aufwachsen zu lassen. Es geht ganz grundsätzlich um Kreativität, um Schöpferkraft. Die Schöpferkraft ist im Sakralchakra zu Hause. Alles, was aus dir rausfließen will, speist sich von dort. Kreativität in jeglicher Hinsicht, egal ob du was schreibst oder malst oder baust oder was auch immer es ist. Sakralchakraenergie ist Energie, die kribbelt. Ja, das stimmt. Man kann für einen anderen Menschen kribbeln, ganz klar. Man kann auch für Ideen kribbeln oder für eine Musik oder einen Ort. Alles, was mich zieht mit diesem vorfreudigen Kribbeln, das ist Sakralenergie. Alles, was begeistert, was Begeisterung auslöst, Enthusiasmus. Dieses Ganzkörper, ja. Es geht sehr stark um die körperlichen Empfindungen im Sakral. Das Sakralchakra, also das Sakralchakra, Sakral heißt ja heilig, also geheiligt. Und es würdigt den Körper als Heiligtum, als Tempel der Seele. Es geht darum, dieses bunte Leben hier mit allen Sinnen erfahren zu können. Und das ist Sakralenergie. Schön, ja. Eine Stufe weiter sitzen wir genau da, wo du sitzt. Dieses Bild hinter dir, das ist pure Solarplexus-Energie. Ja. Meine Lieblingsenergie. Neben dem ist das Sakralchakra. Solarplexus-Energie ist, wie gesehen, tiefgelb, sonnengelb, strahlend. Und das Solarplexus-Chakra sitzt auf der Höhe des Sonnengeflechts, das Solarplexus, also auf der Höhe des Magens, über dem Bauchnabel. Ja. Das Solarplexus-Chakra speist die ganzen Verdauungsorgane, also den Magengallen, Gallenblase, aber auch die Gedärme. Da geht es um die Verdauungsprozesse. Physisch geht es darum, aus deiner Nahrung das zu verwerten, was für dich wichtig und gut ist, und alles auszuscheiden, was du nicht brauchen kannst. Psychisch-Energetisch geht es um genau das Gleiche. Es ist nicht nur Nahrung verdauen, sondern auch Erlebnisse. Im Solarplexus-Chakra geht es auch um den Verarbeitungsprozess, um daraus zu lernen. Also deine Erlebnisse nachzuspüren, darüber nachzudenken und dich zu entscheiden, was davon stimmt für mich. Was will ich loswerden? Was will ich wieder ausscheiden? Wie will ich sein? Wer will ich sein in diesem Leben? Es geht darum, deine Persönlichkeit zu formen, deine Entscheidungskraft zu stärken, deine Durchsetzungskraft. Es ist die Kraft der Lebenserfahrung und der Entscheidung, die im Zentrum wohnt. Es ist das Zentrum, das dich dahin begleitet, in deine volle Macht zu wachsen. Schöpfungslicht der Macht. Ganz genau. Wundervoll. Ja, ganz, ganz Wichtiges. Also alle sind wichtig, aber ja, für die, die wirklich in ihre Kraft kommen wollen. Es ist so schön, wenn man sich von unten nach oben wirklich von unten nach oben aufbaut. Und ich liebe das, durch die Chakren durchzufließen. Das macht solche Freude. Ja, finde ich auch. Das ist für mich wie eine Chakra-Meditation. Also wenn du dich von unten nach unten durch deine Chakras durchfokussierst. Es richtet dich auf, es richtet dich auf, aufermachisch. Das zentrale Chakra, das Herz. Das Herz ist das vierte von sieben und damit in der Mitte. Die unteren drei Chakren sind quasi die irdischen, die erdgebundenen, die, bei denen es um deine Persönlichkeit in diesem Leben geht und deine Anbindung an dieses Leben hier. Die oberen drei sind deine Anbindung an den Kosmos. Dort geht es um höhere Wahrheiten, Intuition, Inspiration etc. Das Herz ist die Mitte und das Herz ist die Mitte von allem. Das Herz verbindet. Der Fokus des Herz-Chakras ist Verbindung. Immer und mit allem. Von oben und unten, von innen und außen, von dir mit dir selbst, von dir mit anderen Wesen. Der Fokus des Herz-Chakras ist Verbindung. Wann war deine Sendung letzte Woche? Mit deiner Freundin Anne oder Anna, wo es um alle geberührt wurde? Berührung, die heilsame Berührung. Ja, ja. Eine halbe Stunde Herz-Chakra pur, das war so. Ja. Und alles in rosa auch noch. Fantastisch. Die Schwingung rosa und grün. Das ist das Einzige, das hat zwei Farbschwingungen. Wir haben sich vereinigt. Dein Gespräch mit deiner Freundin fand ich so schön, weil das Herz-Chakra physisch nicht nur das Herz und den Brustkorb, den oberen Rücken, sondern auch die Schultern, die Arme und die Hände speist. Ah, okay. In deinen Händen fließt Herz-Energie. Und das ist ja das, was wir machen, wenn wir Hand auflegen. Oh, ich bin ganz froh, ich habe gerade gemalt. Unser schöner. Also wenn wir Hände auflegen, das macht ja eine Mutter, wenn das Kind hingefallen ist, automatisch. Das Kind kommt angelaufen, braucht eine Umarmung. Und wenn man jemanden umarmt, hat man ja oft eben die Hände auf dem Herz-Chakra oder manchmal auch unten im Sakral-Chakra und vielleicht auch die Basis. Und wenn man die Hände auflegt, oh, es ist alles gut und streichelt über den Kopf, dann fließt ganz viel Liebe durch die Hände. Das finde ich immer so toll. Es fließt Herz-Energie. Ihr habt ja darüber auch gesprochen, auch wenn dir selbst etwas wehtut, du legst automatisch die Hände an. Intuitiv wissen wir das, dass wir mit den Händen heilen können. Und die Qualität des Herz-Chakras ist Liebe und Heilung. Ja. Jede Berührung, die buchstäblich von Herzen kommt, trägt Heilenergie. Ja, so schön. Es gibt auch noch ein Special jetzt mit Anaibia zum Thema Aktiviere deine Heilkraft, speziell fürs Herz. Denn im Moment leiden so viele Menschen unter Herzschmerzen, weil sie aus Angst ihren Körper verschließen, ihre Chakren aus Angst verschließen. Vielleicht können wir da später nochmal drüber sprechen, was dann passieren kann. Und dann ist natürlich etwas unterversorgt, wenn wir uns verschließen. Ja, also Heilung und Liebe, wunderschön. Dann sind wir beim Kehl-Chakra, das ist heute meine Frau. Das Kehl-Chakra wird auch Kommunikations-Chakra genannt. Es speist natürlich die Region vom Hals, Kehlkopf, Stimmbände, auch die Ohren, ganz, ganz wichtig, der oberen Nacken. Und es geht tatsächlich um deine Stimme, auch im übertragenen Sinn. Es geht darum, deiner Wahrheit eine Stimme zu verleihen. Es geht um Wahrhaftigkeit im Kehl-Chakra, es geht um Authentizität. Es geht darum, du zu werden und für dich einzustehen. Es geht auch ums Tönen tatsächlich, also auch um die Stimme an sich. Dein Ton, deine Stimme gibt es genau einmal auf der Welt. Dein Ton, all deine Körperzellen sind in Resonanz mit genau deinem Ton. Und deswegen ist dieses Tönen und Chanten so wichtig. Es versetzt deinen Körper in Schwingungen. Also du kannst deinen Körper auch mit deiner Stimme heilen, nicht nur in deinen Händen. Es geht um Wahrheit, es geht um Authentizität. Okay, toll. Mantren singen ist ja dann auch sehr, sehr schön. Das Wiederholen ist sehr meditativ, zentriert. Und wir lassen unsere Stimme klingen. Ich habe hier auf Mallorca einmal im Monat einen Mantra-Zirkel, an dem ich teilnehmen darf. Und das ist das Allerschönste, mit mehreren Menschen zusammen zu klingen. Und es ist egal, ob die Note richtig ist. Es geht darum, es zu tun, es sich zu erlauben, nicht nur unter der Dusche zu singen oder im Auto, sondern egal, wo man ist. Und wenn man nur summt, einfach nur diese Schwingung erzeugen in der Kehle. Und dadurch vibriert der ganze Körper einmal durch. Das ist wundervoll. Genau das. Genau das. Wunderschön. Und du sagst das Richtige. Es geht nicht darum, ob es richtig oder falsch ist, ob die Töne verschiedener Menschen zusammenpassen oder nicht. Es geht um deinen Ton, dich in Schwingung bringen. Okay, dann sind wir hier. Beim dritten Auge, Stirnchakra. Dort geht es um, die Farbe ist Indigo-Blau, also Dunkelblau, Blau-Violett, Indigo. Es geht um das Gehirn. Das Gehirn, der Kopf, aber auch das Gesicht wird vom Stirnchakra gespeist. Es geht psychisch-energetisch um das Denken einerseits natürlich, um die Fantasie. Aber es geht weiter. Es geht um den Zugang zu deinem ganzen inneren Universum, zu deinem ganzen inneren Wissen, das du vielleicht nicht aus diesem Leben, sondern schon von vorher mitgebracht hast. Es geht um deine Intuition, deine inneren Stimmen, dein inneres Wissen. Schön. Die Erinnerung des Bewusstseins, wirklich Weiten des Geistes und Wahrnehmung. Es geht um Wahrnehmung, um Empfang. Ja, und wir haben ja im Gehirn auch ganz viele Hormondrüsen, unter anderem die mittlerweile sehr bekannte Zirbeldrüse, die der Dirigent unseres Hormon- und Körperorchesters ist. Also ich habe jetzt öfter mal gerade in den aktuellen Energievideos davon gesprochen, wenn man das Gefühl hat, Watte im Kopf zu haben oder man ist schwindelig, dann einfach mal vorstellen, durch das Stirnchakra einzuatmen, in die Mitte des Gehirns, wo diese wichtigen, wichtigen Drüsen sind und auch durch den Hypothalamus im Stirnlappen, in die Mitte, ins Stammhirn und da sind dann halt wirklich, ist unter anderem eben die Zirbeldrüse und da mal alles durchzupusten und zu sagen, ich atme frische Energie ein und ich atme alles aus, was ich da über Gedanken, Ängste und so weiter, Glaubensmuster angesammelt hat, aber auch eben energetisch Verkalkungen und so weiter, dass das wieder aktiviert wird, reaktiviert wird, was ja dann wiederum auch unsere Intuition eben stärkt. Also ich finde das genial, mal so durch das Stirnchakra einzuatmen, genauso wie durch das Herzchakra. Das macht es so frei. Ja, es macht es öffnet. Was mir bei der Zirbeldrüsenatmung sehr, sehr gefällt, ist die Idee von Sei dort. Versetze dich mit deinem Geist wirklich in deinen Kopf hinein mit der Vorstellung, meine Ohren sind links und rechts, von mir, meine Stirn ist vor mir, meine Nase ist vor mir und dann atme ein und natürlich auch das Durchpusten. Durchlüften. Ja, gut. Und dann bleibt noch eins, das ist das siebte Chakra, das Kronchakra, das über dem Scheitel schwingt, also nicht im Kopf drin, sondern darüber. Es ist keine bestimmte Körperregion, dem Kronchakra zugeordnet, trotzdem wirkt es sich auf den ganzen Körper aus. Also wenn wir über, werden wir vielleicht mal sprechen, über Blockaden in gewissen Chakren, die gewisse Krankheiten letztlich auslösen können, strukturelle Erkrankungen, die den ganzen Körper betreffen, so wie Krebs oder Aids oder Multiple Sklerose, diese Dinge werden dem Kronchakra zugeordnet, weil sie strukturell sind, also den ganzen Menschen betreffen, oder den ganzen Körper. Und psychische Energie geht es um die Anbindung an den Kosmos, dort geht es darum, an deine Seele, an deine Seelenkraft, an deine geistige Führung, an die Quelle. Sozusagen unsere Antenne nach oben. Genau das, so wie die Wurzel nach unten. Wurzel nach unten. Genau so. Und dort ist das Thema die Inspiration. Hier haben wir die Intuition, da haben wir die Inspiration. Also irgendwelche Helferwesen, weil wir sind es oft englige, die dir helfen, dich auf deinen Seelenweg zu bringen oder dich daran zu erinnern oder dich ein bisschen zu schubsen. Super. Jetzt sind wir quasi von unten nach oben einmal durchgeflasst. Was ist die Farbe des Kronenchakras? Ganz, ganz helles Lila, Perlmutt, beinahe Weiß. Ich habe sogar mal gehört, also es gibt Menschen, Menschen, die es als Weiß-Gold beschreiben. Aber wie du es vorhin so schön gesagt hast, pack überall Goldstaub drauf, kann ich schärfen. Ab in die Fülle. Bringen sie alle zum Leuchten. Genau so. Wunderbar. Ich möchte noch eine ganz kurze Geschichte erzählen, die mir erst in den Sinn kam, als du begonnen hast, von den Chakren zu sprechen, auch in der Chakra-Meditation. Das war für mich ein massiv wundervoller Einstieg in die Welt der Spiritualität, nachdem ich mein plötzliches Erwachen hatte, mit 30. Da habe ich den Esoterik-Shop in meiner kleinen Stadt gekapert und habe mich durch alles durchgewühlt, was da an ich niet- und nagelfest war. Ich hatte keine Ahnung, dass es geführte Meditationen gab. Ich habe mich beraten lassen und dann bekam ich eine mit. Und das war tatsächlich eine Chakra-Meditation, wo die Dame mit einer sehr schönen Stimme und etwas sanfter Musik hinterlegt uns durch eine Landschaft geführt hat. Durch ein Mohnfeld, dann durch einen Orangenhain und dann mit allen Sinnen wahrnehmen, dann durch ein Sonnenblumenfeld, dann durch eine Blumenwiese mit weißen Blümchen und rosa Blümchen, Bach, Amethyst-Höhle, nee, die war am Schluss Bach, Himmel, Amethyst-Höhle. Also es war sensationell und spätestens da war ich ganz sicher, das ist mein Weg, das gut an, mit allen Sinnen zu sein. Ich habe die, keine Ahnung, wie oft am Tag gehört, um mich mal wirklich komplett zu fühlen, weil ich so außerhalb meines Selbst war. Ich habe mich nicht mehr körperlich, eigentlich noch nie so richtig körperlich gespürt, außer durch Schmerzen und das ist kein Vergnügen. Und das hat ganz, ganz viel in mir in Schwingung gebracht und bewegt. Und letztlich geht es ja darum, die Chakren haben ja, wie du es eingangs sagtest, sie heißen ja Räder übersetzt. Sie haben ja eine Bewegung. Kannst du etwas dazu erklären? Sie wirbeln. Energie wirbelt grundsätzlich. Im besten Fall, ja. Wir bezeichnen sie als Energie wirklich Wirbel, als eine Drehbewegung. Sie werden oft auch als Lotusblüten symbolisiert, mit verschiedener Anzahl Blütenblätter, das geht von vier bis zu tausend. Aber ich glaube, die treffendste Übersetzung ist tatsächlich Wirbel. Und durch die wirbelnde Bewegung wird die Energie in Bewegung gesetzt und verteilt. Und natürlich kann, wenn so ein Wirbel blockiert ist, dann fließt die Energie nicht mehr. Und wir können aber unsere Chakras dabei unterstützen, wirklich schön zu fließen. Mit ganz, ganz verschiedenen Techniken. Das eine ist natürlich die Chakra-Meditation, die du gerade erzählt hast, ist großartig. Zum Beispiel. Genau, die reine Konzentration, die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Chakra, versetzt es bereits in Schwingung. Energie fließt mit der Aufmerksamkeit, ist klar. Ja. Die Töne, die wir angesprochen haben, es gehört zu jedem Chakra, ein bestimmter Ton oder ein bestimmter Vokal oder auch ein Mantra. Wenn du tönst, versetzt du dein Chakra in Schwingung. Die Farben gehören selbstverständlich dazu. Und manchmal, also mir geht es auch heute noch so, ich nehme an, die auch. Manchmal hast du, oder habe ich, keine Lust mehr, ich mag nicht oder ich bin wütend oder ich komme nicht in Stimmung, in meditative Stimmung, dann versuche ich, mir anderweitig zu helfen. Zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich bin viel zu wenig geerdet oder ich bin nicht im Vertrauen, dann ziehe ich mir die roten Socken über. Ja, genau. Das habe ich früher auch gemacht. Ich hatte in allen Farben alles da. Ja, mein Kleiderschrank ist knallebunt. Total wichtig. Das hilft. Es ist auch, es ist leicht, sich das vorzustellen. Gerade wenn du, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du dich nicht, wenn du dich ohnmächtig fühlst, dann greif zum gelben Pulli. Es macht was mit dir. Es macht was mit dir. Es versetzt dich in die entsprechende Schwingung und es regt dein Chakra an. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wir sprachen über den Wirbel. Also ich habe mal, also ich habe so viele Informationen zu allem gesammelt, was Spiritualität betrifft. Und es gibt ja Darstellungen eines Körpers von der Seite, dass die Chakren wie Trichter quasi aus diesem Raum heraus nach vorne und nach hinten schwingen und wirbeln. Ist das eine, wie soll ich sagen, ist es festgeschrieben, in welche Richtung sie wirbeln, wie sie wirbeln müssen oder ist es einfach nur wichtig, dass sie sich bewegen und dass sie schwingen? Ich setze mich über solche Dinge inzwischen mit einem Lächeln hinweg. Reicht mir schon. Bin ich ganz bei dir. Wunderbar. Keine Grenzen. Wirklich verschiedene Aussagen. Das eine hat eine Öffnung nur nach hinten, das andere in beide Richtungen. Wunderbar. Hauptsache es wirbeln. Ich glaube nicht, dass es eine so große Rolle spielt, ob ich mich jetzt darauf konzentriere, dass es nach vorne sich aussehnt, nach hinten sich aussehnt. Hey, dehme in alle Richtungen. Richtig. Fülle deine Aura. Holistisch in alle Richtungen. Ja. Das ist eine schöne Idee. Das Herz, darüber hatten wir eben in dem Herzvideo gesprochen, bildet ja genau wie die Erde über seinen Magnetismus Magnetismus, so ein Torus. Energie fließt raus und rein, wirklich von der Mitte aus in beide Richtungen, aber eigentlich wirklich komplex in alle Richtungen. Es geht immer rein und raus. Und das ist ja das, was du eingangs sagtest. Es ist wichtig, dass wir uns vor Augen führen und spüren, dass wir über die Chakren bestimmte Energien aufnehmen und diese dann in unseren Körper leiten. Das macht unser Körper genau wie Herzschlag und alles andere im Grunde von ganz allein. Ja. Aber je mehr Achtsamkeit wir ihm schenken, Fokus bringt Energie in Fluss, desto aktiver kann er sein. Und es reicht ja dann, du kannst mich gern korrigieren, wenn du es anders wahrnimmst, es reicht ja im Grunde schon, wenn ich mich einmal am Tag, solange ich noch kein so richtiges Gefühl für meine Chakren habe, einmal am Tag, einfach mal die Hand erstmal auf meinen Wurzelschakra lege, von vorne oder hinten aufs Steißbein, mir rote Farbe vorstelle, mich darüber Erde, mit der Erde verbinde, dann nach oben gehe, Hände auf den Nabel, auf den Bauchraum, Orange vorstelle, vielleicht denke ich da wirklich mal an leckere Orangen und spüle die Farbe. Und wenn ich einfach überall mal die Hände auflege, und einfach sage, wow, es schwingt, ich stelle mir die Farben vor, das ist Selbstliebe, oder? Das ist Selbstliebe, das ist Selbstfürsorge, ja. Ja. Und du sagst es richtig, die Licht einschalten im ganzen Haus. Genau. Das allein tut schon, es tut Wunder. Es kommt dazu, dass du dich selbst berührst mit deiner Heilenergie in den Händen und es unterstützt natürlich und es versetzt dich in Schwingung, es richtet dich aus, es bringt dich zu dir. Ja. Und darum geht's. Selbstheilung, so bringen wir uns selbst wieder in Fluss. Die traditionelle chinesische Medizin macht das dann manchmal übers Klopfen, übers Strömen und wie gesagt, alles fließt ineinander und es spricht ja nichts dagegen, die verschiedenen wundervollen Erkenntnisse der verschiedenen Traditionen so zu nutzen, wie wir es gerade fühlen und brauchen. Also die einen fühlen sich zu einer bestimmten Übung aus TCM hingezogen, die anderen agieren total gern mit ihren Chakren, dann gibt's wieder die Körperübungen wie zum Beispiel Yoga, die alles in Fluss bringen. Bleiben wir nochmal bei den Chakren. Du hast es vorhin schon angesprochen, jedes Chakra versorgt einen bestimmten Teil des Körpers und wenn es blockiert ist, führt es dann zu Unterversorgung, energetischer Unterversorgung, was dann auch wieder bestimmte Krankheitsbilder hervorbringt. Magst du mal von unten nach oben so ein paar Tipps geben für diejenigen, die denken, ah Moment, genau, das ist ja mein Thema. Ja, kann ich machen. Okay, also wir gehen davon aus, ein Chakra ist gestört, ein bisschen blockiert oder halt schwingt, nur schwach. Die Frage ist, was das für körperliche Symptome letztlich auslösen kann. im Wurzelchakra Probleme in den Beinen, in den Knien, Probleme in den Füßen, auch kalte Füße. Damit fängt es schon an. Oh Gott, früher. Erden, Erden, Erden. Genau, genau, ja. Beckenprobleme, teilweise Knochenprobleme, Knochenschwund im ganz extremen Fall, aber es geht um die Stabilitätsregionen, die wir haben. Im Sakralchakra, Unterbauch, sind es natürlich Probleme mit den Fortpflanzungsorganen selber, also es kann zu Prostataproblemen führen, Menstruationsbeschwerden, Eierstörchen und so weiter. Aber auch, wenn es ganz schlimm wird, zu Erkrankungen des Blutes, Leukämie, beispielsweise, oder zu Erkrankungen im Lymphfluss, Autoimmunerkrankungen, etc., wenn es ganz schlimm wird, schlimm, man kann immer reagieren. Es gibt immer Lösungen. Es gibt immer Lösungen, auf jeden Fall. Im Solaplexus, Chakra ist natürlich, der Magen gehört dazu, Magen, Säure, Speiseröhre, aber auch der Verdauungstrakt, die Gedärme und so weiter, kann man sich vorstellen. Und jeweils auf jeder Höhe die entsprechende Rückenpartie. Sie gehört nicht. Die Wirbel, die dann ja auch wieder bestimmten Organen und Stellen im Körper zugeordnet werden. Ganz genau. Beim Herzchakra, Brustschmerzen natürlich, Probleme im Herzen selbst, im Organ. Die Brustwirbelsäule, selbstverständlich, Fymusdrüse, also da hängt das ganze Immunsystem mit drin. Deswegen Liebe und Heilung. Ja. Genau, das Immunsystem. Aber auch Schulterprobleme, Probleme in den Armen, in den Händen, geschwollene Hände, rheumatische Geschichten, das gehört zum Herzchakra. Hier haben wir natürlich alles, übrigens auch die Atemwege, gehören zum Herzchakra. Die Atemwege gehören zum Herzchakra. Ich hätte es jetzt zum Hals. Die Lungenflügel sind ja im Raum des Herzens. Und der Atem ist auch ein Verbindungsthema. Alles, was Verbindung ist, gehört zum Herzen. In deiner Atmung berührst du die Welt und nimmst die Welt in dich auf. Auch das ist eine Verbindung. Die Lungenflügel gehören zum Herzen. Die Bronchien, alles, was dann weiter oben ist, gehören zum Kehlchakra. Stimmbänder, Kehlkopf und so weiter. Da geht es um Kieferprobleme, allenfalls, die du bekommen kannst, aber vor allem auch Nackenprobleme, Nackenstarre, etc. Erkältungskrankheiten. Solche Geschichten. Wo bin ich? beim dritten Auge geht es im Ernstfall um Gehirnerkrankungen, Hirnhautentzündungen, etc. Diese Dinge, aber auch um die Augenprobleme, Nasenprobleme, überhaupt das ganze Gesicht. Auch die Haut gehört so ein bisschen dazu, obwohl sie hauptsächlich zum Wurzelchakra gehört. Hautprobleme, Wurzelchakra, Erdung. Auf die Idee kommt man nicht unbedingt auf einen. Nicht wirklich, nein. Und im Kronchakra, wie gesagt, dort sind es in ganz extremen Fall strukturelle Erkrankungen, die entstehen können, wenn das spirituelle Chakra zu wenig Beachtung kriegt. Vielleicht ein Beispiel, wir hören immer wieder von Wunderheilungen und Krebspatienten beispielsweise, die dann erzählen, ich habe durch die Krankheit zu meinem Glauben gefunden und mein Glaube hat mich geheilt. Ist wunderschön, es spielt aber wirklich auch keine Rolle, zu welchem Glauben die Person findet. Es ist der Glaube an sich und energetisch ist das ganz einfach zu erklären, weil sobald du dich, sobald du anfängst, dich mit spirituellen Themen auseinanderzusetzen, versetzt du dein Kronchakra in Schwingung auf der Körbeheilung. Ja, und du hast es vorhin schon gesagt, das ist ja einerseits im Wurzelschakra, aber für mich auch im Kronenchakra das Thema Vertrauen ins Leben. Und so wenige Menschen, selbst spirituelle Menschen, haben immer noch nicht wirklich Vertrauen ins Leben gefunden und Vertrauen in das große Ganze, ob man das Gott nennt oder Schöpfung oder was auch immer, aber es gibt viele Begriffe dafür, aber deshalb ist Glaube im Endeffekt, wenn man es so sieht, ein Urvertrauen in das, was hinter allem ist. Und dann öffnet sich die Krone und dann sind wir eben mit allem verbunden, weil wir diesem allen eben Vertrauen lernen. Und das ist ein Vorschuss. Ich vertraue dem Leben, dass es mir gut ist, dass es für mich ist, an meiner Seite ist. Und viele Menschen, das ist meine Erfahrung eben, die so schwere systemische Krankheiten haben, haben auf irgendeiner Ebene oftmals am Anfang unbewusst die Freude am Leben verloren, haben ihre Verbindungen zu ihrer Seele verloren und hatten sie vielleicht nie. Aber das Innerste möchte ab einem bestimmten Punkt im Leben eben eine Öffnung erfahren. Dieses, was man heute Erwachen nennt, diese Öffnung. Mein Leben ist nicht nur Existieren und Funktionieren, sondern viel, viel mehr. Das muss gar nicht mit einem Begriff wie Spiritualität benannt werden, sondern das ist einfach dieses Gefühl, ich bin ein kostbares Wesen und ich habe es verdient, dass ich glücklich und gesund bin. das ist für mich so diese Kernaussage und die Chakren sind ein wunderschönes, im wahrsten Sinne buntes Symbol dafür, dass wir bunt sind. Wir sind vieles, wir haben so viele bunte Facetten und das repräsentieren für mich diese Chakren auf schönste Weise. Ich möchte jetzt, nachdem du jetzt mal die verschiedenen Facetten der Chakren beleuchtet hast, ganz herzlichen Dank dafür. und da du ja Spezialistin bist für das Thema, hast du ein ganz außergewöhnliches Buch zu den Chakren geschrieben. Magst du es mal zeigen? Du hast es neben dir liegen, glaube ich. Bei mir mal sehen, glaube ich. Ich sehe mich nicht. Ja, es ist wunderbar. Es ist sehr gut zu sehen. Es ist ja nicht einfach nur ein Erklärbuch. Es geht ja nicht um die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema, sondern du hast es in eine alte Tradition verpackt, nämlich in eine Geschichte. In eine Geschichte. Genau das. Das Buch heißt Chakras, das Erwachen. Und dieses Erwachen hat eine zweifache Bedeutung. Das eine ist, dass ich wirklich zutiefst davon überzeugt bin, dass die Reise durch die Chakras ein Erwachensweg ist. Ja. Ein Bewusstseinsweg. Ja. Der andere Teil von Erwachen ist, dass in meiner Geschichte die Chakras tatsächlich zum Leben erwachen. in der Geschichte dann nehmen und wir quatschen. Es ist ein anderes Chakra-Buch. Die Idee, die Idee war nicht meine, die Idee ist zu mir gekommen aus, in der Schweiz sagen wir aus heiterem Himmel, sagt man das auf Deutsch? Ja. Die Idee war plötzlich einfach da. Diese Idee, eine Geschichte zu erzählen, die eine Reise darstellt durch die Chakra-Welten mit Archetypen, Fabelwesen, magischen Wesen. Jedes Wesen repräsentiert ein Chakra und die entsprechende Energie erwacht zum Leben und führt dich durch diese Chakra-Welt mit allen Themen, die dazugehören. Die Idee kam zu mir so spontan, ich habe darüber nicht nachgedacht, es war einfach plötzlich da. Ich weiß nicht, die ersten zwei, drei Viecher haben es praktisch namentlich bei mir vorgestellt, die waren einfach da. Und im ersten Moment habe ich gedacht, oh cool, die Geschichte würde ich gerne lesen. Es hat einen Moment gedauert, bis ich dann begriffen habe, dass das der Auftrag quasi zu schreiben ist. Ja, toll. Das habe ich auch lange gemacht. Die Geschichte, es ist die Geschichte eines jungen Mädchens, das natürlich stellvertretend für uns alle steht. Ein junges Mädchen, das sieben Nächte lang träumt und in jedem Traum in eine andere, in eine neue Chakra-Welt abtaucht, dort ein magisches Wesen kennenlernt und damit die Chakra-Energie kennenlernt und daran wächst. Ich muss vielleicht dazu sagen, was ich an den Chakras so liebe, ist, dass sie einfach da sind. Das ist ein Werk Werkzeug. Das musst du dir nicht verdienen. Das kannst du auch nicht kaufen. Das ist mitgekommen. Das ist unser Geburtsrecht. Und wir haben keine Ahnung davon. Ich finde, das müsste in der Schule gelehrt werden. Wirklich schon lange. Wie vieles andere auch. Das ist so wichtig. Wie vieles andere auch. Genau. Und was ich immer wieder feststelle oder was mir immer wieder begegnet, sind Eltern, die ihren Kindern ein spirituelles Grundverständnis mit auf den Weg geben möchten und nicht wirklich wissen, wie sie das anfangen sollen. Es gibt sehr, sehr wenig spirituelle Literatur für Kinder und Jugendliche, die nicht an eine bestimmte Konfession gebunden sind. Und das ist eine Einladung. Dieses Buch eignet sich wirklich gut zum Vorlesen auch für jüngere Kinder. Ich würde sagen so acht, neun, zehn. Es regt die Fantasien. Es ist eine Geschichte, eine magische Geschichte. Es regt die Fantasien und es regt das Gespräch an. Erklären. Es ist ein Einstieg. Aber es ist natürlich auch für Erwachsene, die auf dem Weg sind und keine Lust haben auf trockene Sachbücher. Es ist auch eine Variante. Fantastisch. Und letztlich haben wir in unserer Menschheitsgeschichte, bevor es Schrift gab, immer alles verbal weitergegeben. Wir haben uns Geschichten erzählt. So sind die ganzen Mythen und Sagen und Epen entstanden. Ein Epos ist eine Erwachensgeschichte, die uralt ist. Also es gibt Epen, die sind viele, viele, viele tausend Jahre alt, die sich dann über die ganze Welt verbreitet haben, die man wirklich überall findet, wenn man den Ursprung zurückverfolgt. Es ist so faszinierend, unter anderem Einhörner. Jetzt habe ich gerade ein Video zu Drachen gemacht, wie interessant es ist, sich mit diesen alten Mythen auseinanderzusetzen und was die Menschen wirklich damit erzählen wollen, eben schon lange, 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 bevor es Aufzeichnungen gab. Und deshalb sind uns Geschichten auch so nah und können Wissen oftmals viel, viel stärker vermitteln, als eben ein Sachbuch, das das analytisch, wissenschaftlich erklärt. Das kennen viele aus der Schule, wo sie dann abschalten und an, keine Ahnung, an irgendwas denken, an welche Tagträume machen, weil der Kopf sagt, kann ich nicht verpacken, das Herz sagt sowieso, interessiert mich nicht. Aber wenn ein Lehrer es schafft, das Wissen in Geschichten zu verpacken, zack, sind alle hellwach. Ja, also finde ich das großartig, dass du diese Geschichte erzählst und was ich ganz toll finde, dass es eben auch für Kinder verständlich ist, das ist ja selten so. Also es gibt fantastische spirituelle Bücher, spirituelle Geschichten, die bestimmte Dinge erklären. Ich denke da nur an Prophezeiung von Celestine, wo es um die Energiearbeit geht, eines meiner Basisbücher. Eins auch. Die ich damals gelesen habe und das sind aber Erwachsenenbücher, die kann man keinem Kind vorlesen. Aber dass die Kinder unsere Basis des Lebens wirklich auch Basiswissen mitbringen und ich finde es nochmal sehr schön so zum Abschluss, dass du das gesagt hast. Es gibt viele Werkzeuge, die wir uns erst wieder antrainieren müssen. Aber unser Körper ist von Anfang an dabei und dieser Körper ist mega genial. Er kann so viel und er wird nicht genutzt. Das ist ein bisschen wie Sonja und Handy. Ich entwende das Handy zu telefonieren und für ein paar Basis-Apps. Ich weiß gar nicht, was mein Handy alles so kann. Und so ähnlich ist es mit dem Körper, was der alles kann. Und wir nutzen nicht nur das Gehirn zu einem Bruchteil, den ganzen Körper nur zu einem Bruchteil. Also ich möchte das jetzt nochmal zusammenfassen. Ihr könnt natürlich die Geschichte des Erwachens in Nadjas Buch lesen und ich werde unten natürlich den Link verlinken. Und Nadja, du hast ja auf deiner Webseite, magst du es vielleicht mal kurz aufschlagen in deinem Buch, zum Download auch nochmal die Erklärung zu jedem einzelnen Chakra. Du hast es schön zusammengestellt, auch farbig. Ja, genau. Das zugeordnet ist das ist der Anhang, den kann man downloaden auf der Webseite. Übrigens auch die die, weil ich habe ja meine Viecher auch gemalt. Super, ja wunderbar. Großartig. Die bin ich auch zur Verfügung. Die wollen raus in die Welt. Ja, ganz toll. Also ihr findet alles unten in der Videobeschreibung. Und um das nochmal zusammenzufassen. Wir haben ein ganz, ganz großes Geschenk mitgebracht, auf dessen Basis wir leben können. Das ist der Körper. Und der Körper braucht fließende Energie. Das ist wie der Strom. Ich habe es schon oft erklärt, im Haus haben wir auch einen Stromkreislauf. Und wenn der irgendwo unterbrochen ist, dann haben wir ein Problem. Dann fliegt die Sicherung raus, müssen wir eine neue Sicherung reinbauen oder müssen sie umlegen. Aber wenn das nicht funktioniert, dann heißt es, erst mal suchen, wo ist das Problem, damit irgendwo Licht angeht, damit das Wasser fließt. Dinge, an die wir uns total gewöhnt haben. Und die Menschen beschweren sich, wenn etwas im Körper nicht funktioniert, aber sie gehen nicht auf die Suche nach den Ursachen, sondern sie kleben ein Pflaster drauf, sie machen eine Tablette rein und da noch was und da eine Therapie. Dabei brauchen wir nur dem Stromkreislauf zu folgen und zu sehen, wo ist der Stromkreislauf unterbrochen. Und das ist die Botschaft des Körpers, das ist die Psychosomatik. Der Körper sagt, hallo, bitte schau mal da hin und das können wir allein schon wirklich in Schwung bringen über die Meridiane, wenn wir eher TCM machen oder über die indische Lehre, wenn wir uns mit den Chakren beschäftigen. Das ist eingebaut. Also lasst uns doch dieses gigantische Potenzial nutzen. Also vielen, vielen Dank, liebe Nadja, dass du es nochmal so klar und transparent erklärt hast. Möchtest du zum Abschluss unseren geneigten Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas sagen? Also ich bedanke mich nochmal sehr, dass ich hier mit dir sprechen durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht noch dies angesichts der ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir auf der Erde haben und angesichts der ganzen Spaltung. Möchte ich sagen, ungeachtet deiner Herkunft, deiner Nationalität, deines Geschlechts, deiner Hautfarbe oder was auch immer. Die Chakrafarben sind in allen Menschen genau die gleichen. Genau die gleichen. Vielleicht hilft es, Drücken zu bauen. Super, super schön. Ja. Also statt uns aus Angst vor dem ganzen Chaos da draußen zuzumachen, zu verschließen, den Strom abzuschalten, einfach wieder ins Vertrauen zurückfinden, Vertrauen in die Erde, Vertrauen in den Kosmos, uns wieder in Schwingung bringen durch all diese verschiedenen Dinge, die wir dafür tun können und dann das Leben, wirklich das bunte Leben genießen. Das wäre mein Wunsch und ja, wahrscheinlich auch deiner. Schöner könnte ich es nicht formulieren. Also an euch alle, vielen Dank, dass ihr uns zugeschaut, zugehört habt. Und ich hoffe, es trifft auf das richtige Chakra und das richtige Chakra wird aktiviert, am besten alle. Hört es euch auch gerne nochmal an. Verteilt es, wenn ihr anderen Menschen diese wichtigen Informationen, die so klar formuliert sind, weitergeben wollt. Denn je mehr Menschen wirklich glücklich und gesund sind, desto leichter und schöner wird es für uns alle. Also vielen, vielen Dank, liebe Nadja. Und ganz viel Spaß noch mit deinen Chakren und allem, was du machst. Und ganz liebe Grüße an euch alle. Habt es schön. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.